hallo und glück auf jetzt ein spaziergang vom gasometer zum schloss oberhausen zuerst geht es durch den blättergarten zum kanal es gibt natürlich mehrere wege zum schloss aber ich habe diesen weg gewählt immer am wasser entlang viele brücken queren den kanal meistens sind es eisenbahnbrücken so 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 Das war's. Hier nun eine sehr niedrige Brücke. Viele sagen, es wäre die niedrigste Brücke auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Ob's stimmt, weiß ich nicht. Aber hier haben viele Schiffsführer ihr Steuerhaus verloren. Manche sind sogar mit ihrem Schiff unter der Brücke stecken geblieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind am Kaisergarten angekommen und damit am Schloss Oberhausen. Im Schloss Oberhausen der Ludwigsgalerie sind im Jahr mehrere wechselnde Ausstellungen zu besuchen. Weiter geht's. Musik Und wer unbedingt will, kann hier im Standesamt auch heiraten. Ich sage nun auf Wiedersehen, Glück auf, bis zum nächsten Mal.